Willkommen in der Coaching-Oase Hartify. Ich bin Katrin, Katrin Stamm von hartify.live und zeige Dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie Du es Dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitiven Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn Dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie Du Deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Das Thema Marketing wird von Coaches und Beratern meistens ziemlich unterschätzt. Deswegen habe ich heute für Dich sieben relativ einfach umzusetzende Quick-Tipps mitgebracht. Willkommen zu Folge 34 in der Coaching-Oase Hartify mit sieben Quick-Tipps, wie Du Dich bekannt machen kannst in Deiner Region als Coach oder Berater oder Beraterin, wenn Du Dein Business gestartet hast oder starten möchtest. Ich habe mich in letzter Zeit selbst wieder darauf besonnen, denn wie Du weißt, bin ich ja letztes Jahr in die Schweiz gezogen und all das, was ich mir im Kölner Raum aufgebaut habe, das bleibt mir natürlich erhalten, aber ich bin ja nun mal nicht mehr da, sondern habe einen neuen Standort. Und gerade jetzt habe ich so wieder manches alte, ja manchen alten Tipp, den ich Dir heute weiterreiche, für mich selber rausgekramt. Und ich lade Dich ein, mal Dir alles anzuhören und zu schauen, hast Du schon an alles gedacht oder möchtest Du vielleicht das ein oder andere für Dich nutzen? Es sind Tipps, die in der Regel relativ günstig sind und es ist nicht unbedingt jetzt erforderlich, schon ganz affin in Social Media zu sein. Diesen Teil habe ich jetzt einfach mal außen vor gelassen, denn obwohl das auch wichtig ist, man kann einfach nicht alles auf einmal berücksichtigen und sich überall auf einmal einarbeiten. Und deswegen zunächst die sieben Quick-Tipps, die Du direkt schon umsetzen kannst bei Dir in der Region, offline und vielleicht auch sogar schon online. Zu den Offline-Möglichkeiten zähle ich die ersten drei Tipps auf, die etwas zu tun haben mit Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Die nächsten drei Tipps haben zu tun mit der Nutzung auch von Printmedien und ja, was Du auf jeden Fall machen solltest, wenn Du startest. Der letzte Tipp ist dann auch ein Online-Tipp, der für Dich hilfreich sein kann, auch wenn Du da noch nicht groß online-affin bist und E-Mail-Marketing machst und so weiter und so fort. Alles sind von mir selbst erprobte Wege, die ich wie gesagt jetzt auch selber gerade aktuell wieder rausgekramt habe aus meinem Koffer und auch nutze und deswegen wirklich frohen Herzens auch an die ich weiterreiche. Wir sind übrigens in der achten Folge schon in der Reihe, wie Du Dir eine solide Basis schaffst für Deine erfolgreiche Coaching- und Beratungspraxis oder Beraterpraxis. Entstanden aus den Fragen meiner Teilnehmer, der Aus- und Fortbildungen, die ich dann immer so nebenbei so gut wie möglich versucht habe zu beantworten. Jetzt aber ganz konzentriert mal alles für Dich in einer Reihe, sodass Du Schritt für Schritt Dir diese solide Basis aufbauen kannst. Die ersten drei Quick-Tips. Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja bekanntermaßen auch eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn Du Dein Geschäft oder auch ein neues Standbein Dir aufbauen möchtest. Zufriedene Kunden empfehlen Dich gerne weiter. Die Frage ist, wie bekommst Du sie? Und da geht es dann schon los, denn wenn Du eine Ausbildung machst, zum Beispiel im Coaching und Beratung, dann musst Du ja üben. Und wenn Du noch keine Praxis hast mit Klienten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Du in Deinem Bekannten- und Freundeskreis herumfragst, je nachdem, wie es Dir liegt, eventuell auch in der Familie oder in der Nachbarschaft, ob jemand mit einem Thema sich für Dich zur Verfügung stellt, damit Du üben kannst. Und diese Menschen, die die Gelegenheit haben, jetzt dadurch, dadurch, dass Du die Ausbildung machst, für sich ein Problem zu lösen, eine gute Erfahrung zu machen mit Deinem Coaching, mit Deiner Beratung, die sind natürlich auch die ersten Empfehler für Dich. Denn sie wissen genau, was Du gemacht hast und wie Du es gemacht hast und für wen das noch gut sein kann aus ihrem Bekannten- oder Freundeskreis. Und da geht es jetzt dann auch schon los. Also wenn Du das getan hast, dann sprich auch anschließend aus, dass Du Dich wirklich als im Gegenzug freust über eine Empfehlung und dass Du auch weiter informierst, wenn Du irgendwelche Anlässe hast, die vielleicht wichtig sind für Menschen, denen sie das empfehlen möchten. Also verlass Dich nicht darauf, dass sie von ganz alleine auf die Idee kommen, sondern erinnere sie daran. Und erinnere sie auch wieder daran, wenn Du einen der anderen Tipps umsetzt, auf den ich dann gleich noch zurückkomme. Also wenn Du besondere Veranstaltungen hast oder Ähnliches. Übrigens ist es auch eine sehr, sehr gute Idee, Dir gerade, wenn Du kostenlos auch für Übungszwecke Deine Dienste zur Verfügung stellst, ist Deine Arbeitszeit, die Leute bekommen, ein Geschenk sie bekommen, eine Leistung. Und da kannst Du im Gegenzug tatsächlich nicht nur die Bitte um Empfehlung aussprechen, sondern was natürlich auch ganz toll ist, wenn sie Dir ein Feedback geben, ein sogenanntes Testimonial. Also wenn sie Dir kurz schreiben, was ihnen jetzt besonders geholfen hat an Deiner Dienstleistung. Und am besten wäre es natürlich auch, wenn sie erlauben, dass Du ihren Namen nennen darfst oder auch das Bild verwendest, zum Beispiel auf Deiner Webseite. Aber auch wenn Du den Namen kürzen musst und ohne Bild das Ganze verwendest, ist ein echtes Testimonial natürlich immer von ganz großem Wert. Also sammle so früh wie möglich schon gleich das Feedback auch schriftlich ein und leg das in den Ordner ab. Du wirst sicherlich da nochmal drauf zurückgreifen. Ich habe damit ein bisschen spät leider erst angefangen. Mittlerweile habe ich es mir natürlich auch zur Gewohnheit gemacht. Und Du kannst das jetzt von Anfang an tun. Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch etwas, was geschieht in zum Beispiel Business-Netzwerken, in Empfehlungsnetzwerken. Und da schau Dich einfach mal um in der Gegend, wo Du lebst, was es da für Netzwerke gibt. Es gibt zum Beispiel in den meisten Städten Frauen-Business-Netzwerke. Es gibt auch so ein etwas kommerzielleres Unternehmer-Netzwerk, BNI, in dem ich auch war. Geh da einfach überall mal hin. Schau, wie sowas abläuft. Bereite Dich auch gut darauf vor, indem Du ein kurzes Statement zu dem, was Du tust, eigentlich auch am besten schon auswendig kannst. Den sogenannten Elevator-Pitch, da werde ich noch, ja, ich glaube, da mache ich auch noch eine Folge drüber. Denn es ist wichtig auch für Deine Bekannten, dass sie genau wissen, mit wenigen klaren Worten, wofür sie Dich weiter empfehlen können. Manche dieser Netzwerke sind kostenfrei, manche sind kostenpflichtig. Schau Dir das einfach an, überleg Dir das gut. Ich habe in diesem kostenpflichtigen Unternehmer-Netzwerk BNI trotzdem es schwerpunktmäßig, zumindest in meinem Bereich da in der Männerregion war, ich habe auf jeden Fall meine Kosten wieder rausgehabt durch Empfehlungen, die ich bekommen habe und viele gute Tipps noch von der Seite bekommen und sehr, sehr viel gelernt, auch mich da zu positionieren, immer wieder bei den Netzwerktreffen. Dreimal ist übrigens ein Besuch da kostenlos. Schau Dich einfach um, was es da gibt. Das kann ganz, ganz wertvoll sein, sowohl als Erfahrung, auch für Übungszwecke, um zu lernen, sich besser zu verkaufen. Das ist ja auch was, was nicht jedem in die Wiege gelegt ist, als auch interessante Menschen zu kennen, kennenzulernen, die Dich dann wiederum weiter empfehlen. Also bei mir war das zum Beispiel auch jemand von, ja, von einer Krankenkasse, ein Drucker, der also eine Druckerei hatte, ein Webseitengestalter und auch Kollegen, Heilpraktiker, also ganz unterschiedliche Menschen, die vielleicht auch mit anderen zu tun haben, die für Dich interessant sind als Zielgruppe. Und da sind wir dann schon auch beim dritten Quick-Tipp. Neben Netzwerken vor Ort, ja, Netzwerken, die ganz bewusst darauf ausgerichtet sind, solche Empfehlungskontakte herzustellen, kannst Du auf jeden Fall auch Ausschau halten nach Läden, Praxen und Orten, wo Deine Zielgruppe auch unterwegs ist. Also für mich hat sich als sehr hilfreich erwiesen zum Beispiel auch Apotheken, dann Physiotherapeuten, Ärzte, Ergotherapeuten zum Beispiel, also die Menschen, die was in der Gesundheitsbranche zu, ja, die da arbeiten, die da ohnehin schon Kontakte haben zu Leuten, die da eben hinkommenweise Rat suchen. Die benötigen ja oftmals auch noch eine Unterstützung auf einer anderen Ebene. Und ja, also so jemand in der Apotheke oder auch wenn man einen Arzt persönlich kennt, der spricht dann durchaus schon mal eine Empfehlung aus und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich fasse die ersten drei Quick-Tipps mal zusammen für Dich noch kurz. Also als allererstes solltest Du schon, wenn Du noch gar nicht fertig bist mit Deiner Ausbildung, Freunde, Bekannte, Nachbarn fragen, ob sie sich für Dich zu Übungszwecken zur Verfügung stellen. Das musst Du ja ohnehin, wenn Du da im Lernstadium noch bist. Und schließe gleich noch die Bitte an, dass sie Dich weiter empfehlen und dass Du sie erinnern darfst, wenn es wieder etwas Besonderes gibt, was sie gerne weiterempfehlen dürfen. Suche Netzwerke, Business-Netzwerke in Deiner Region, seien es Frauen-Business-Netzwerke, das BNI oder andere. Geh einfach mal dahin, schau, wie das da läuft mit den Empfehlungen und die anderen kennenzulernen, auch als Empfehler. Und als drittes such Dir Menschen in Deiner Region, sowohl in Läden als auch in Praxen, die, ja, wo Deine Zielgruppe auch hingeht und schon Vertrauen hat. Stell Dich dort vor und knüpfe den Kontakt, damit sie Dich dann auch empfehlen können. Um all dies tun zu können, kommen wir jetzt zu den nächsten Quick-Tipps, nämlich die Printmedien sinnvoll zu nutzen. Das ist sowas im Zeitalter von Social Media und im ganzen Online-Marketing vergisst man das vielleicht. Visitenkarten sind nach wie vor aus meiner Sicht noch wichtig, zumindest, wenn Du jetzt auch einen der ersten drei Quick-Tipps nutzen möchtest. Denn damit Du den Menschen in Erinnerung bleiben kannst und damit sie Dich empfehlen können, brauchen sie irgendetwas, wo Deine Kontaktdaten drauf sind, was auch ein bisschen ansprechend vielleicht schon gestaltet ist. Es muss nicht perfekt designed sein. Von daher lade ich Dich ein, Dir am Anfang vielleicht sogar erst mal selber Visitenkarten auf eine ganz einfache Art zu gestalten, mit einer Schrift Deiner Wahl, die vielleicht, die natürlich am besten auch zu der Webseite, wenn Du die schon hast, passt und die Farben aufnimmt, mit Deinen Kontaktdaten drauf, also Deiner Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Deiner Webseite oder wie Sie Dich sonst erreichen können. Dann sind Flyer sehr, sehr hilfreich, wo ja dann auch schon ein bisschen mehr Information über Dich ist. Auch das muss jetzt zu Anfang noch nicht perfekt gestaltet und designed sein. Es kann auf weißem Hintergrund sein, wieder mit der Farbe, die Du bereits gewählt hast und dem Schrifttyp und vielleicht noch irgendeinem Foto, was Du unter Umständen sogar selber gemacht hast, vielleicht von Deinem Raum oder was auch immer. Also denke eben auch bei den Printmedien daran, wenn Du Fotos verwendest, dass da die Rechte geklärt sind. Übrigens hat Microsoft Office auch einige einfache Vorlagen für Flyer, die man dann auf sich abwandeln kann. Also mein Tipp, Du musst es am Anfang nicht sehr schwierig gestalten. Mach es einfach, mach es klar, aber mach es. Denn diese Flyer kannst Du dann auch gut weiterreichen, sowohl auf Netzwerktreffen als auch Deinen Bekannten. Oder auch, wenn die Leute in Deine Coachingpraxis kommen, dass sie das Ganze auch mitnehmen können, muss wiederum ihren Freunden oder einem Menschen weiterzureichen, dem sie was Gutes angedeihen lassen wollen, indem sie sagen, Mensch, geh da mal hin, das hat mir so geholfen. Je nachdem lohnt es sich auch darüber nachzudenken, einige wenige Plakate zu drucken. Auch das kann man selber machen oder ich habe das dann auch schon mal so im Copyshop dann ausgedruckt, wenn ich die Qualität noch besser haben wollte. Und solche Plakate oder Flyer, die kannst Du wunderbar platzieren, auch in Läden in Deiner Region, die von Deiner Zielgruppe besucht werden. Es gibt aber auch Veranstaltungsorte, wo Deine Zielgruppe hingeht. Und auch da ist es manchmal möglich, zum Beispiel so einen Plakatplatz zu mieten oder Flyer in ein dafür vorgesehenes Regal zu stecken. Da muss man dann eben etwas zahlen monatlich. Aber auch das ist eine Sache, die wirklich lohnt, sich zu überlegen. Damit habe ich am Anfang gestartet und es kamen immer vereinzelt auch Leute über diese Flyer oder Plakate. Und gerade wenn Du regional auf Dich aufmerksam machen willst, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Der vierte Quick-Tipp ist, dass Du schaust, wo Du Vorträge anbieten kannst über die Themen, mit denen Du unterwegs bist, über die Themen, mit denen Du anderen Menschen helfen kannst. Wenn Du eine eigene Praxis hast, kannst Du es natürlich da machen. Genial ist es jedoch auch, in einen Ort zu gehen, wo Deine Zielgruppe auch hinkommt. Sei es in einem Bürgerzentrum, in so einem Veranstaltungszentrum, wo auch interessante Seminare stattfinden, die vielleicht auch in die Richtung gehen, in der Du coachst oder berätst. Oder auch an der Volkshochschule. Da muss man natürlich immer rechtzeitig planen. Wenn Du an sowas denkst, ist jetzt auch eine ganz gute Zeit, Kontakt aufzunehmen. Denn im Frühjahr wird da meistens schon das Programm gemacht für die Herbstsaison. Zumindest erfährst Du jetzt, wann Du Dich da nochmal melden kannst, damit Du vielleicht mit einem interessanten Fachvortrag aufgenommen werden kannst. Das Gute, dass diese Veranstalter dann natürlich auch Werbung machen dafür. Und das ist einfach eine gute Gelegenheit, Dich als Expertin bekannt zu machen. Gleichzeitig Deine Flyer zu verteilen und auch neue Kunden zu gewinnen. Wenn Du so wie ich zum Beispiel auch mit dem Lach-Yoga unterwegs bist, da habe ich regelmäßig auch Lach-Yoga-Workshops kostenfrei veranstaltet, wo die Leute einfach mal schnuppern konnten und erfahren, wie das geht. Denn wenn sie dann später erwägen, eine Ausbildung zu machen, ist das natürlich von großen Vorteil, wenn man das schon kennengelernt hat. Ich hatte aber auch regelmäßig die Lach-Treffen in meiner Praxis und auch in einem Bürgerzentrum zu einem wirklich niedrigen Preis, der einfach nur ein bisschen Unkosten gedeckt hat. Und auch das ist eine gute Möglichkeit, einerseits Werbung für sich zu machen, Menschen näher kennenzulernen, die einen auch gerne weiterempfehlen und dann auch andere Aktivitäten von mir buchen oder sei es jetzt ein Seminar oder ein Coaching. Zudem ist Lach-Yoga noch was sehr, sehr Interessantes für die Medien. Und ich hatte regelmäßig die Presse da oder Fernsehen. Also kann ich nur empfehlen, auch mit Lach-Yoga sich zu befassen und nach draußen zu gehen, auch wenn du im Coaching und in der Beratung bist. Denn das unterstützt dein Bekanntwerden neben den vielen, vielen anderen tollen Effekten, die Lach-Yoga natürlich für dich und für deine Klienten hat. By the way, die nächste Lach-Yoga-Leiter-Ausbildung, wo du das lernen kannst, ist im April in Thun am See hier in der Schweiz und auf htf.live.slashkurse findest du mehr dazu. War jetzt gar nicht so geplant, aber ist mir gerade noch eingefallen an dieser Stelle. Quick Tip Nummer 6. Wenn du eine Praxis eröffnest oder auch sie schon eine Zeit lang hast, also sobald du da einen eigenen Raum hast oder auch gemietet hast, auch dann, auch wenn du ihn nur tageweise mietest, ist es ja trotzdem möglich, dass du einen Tag der offenen Tür dort planst. Und das ist etwas, das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Das mache ich jetzt hier auch im nächsten Monat, wenn meine neue Coaching-Praxis hier soweit fertig ist. Da mache ich dann auch ein richtiges Programm, wo ich zu jeder vollen Stunde zu einem Bereich, den ich anbiete, einen Vortrag halte und natürlich Menschen einlade hier aus der Region, die als Empfehler auch in Frage kommen oder aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Und natürlich über Presse und Social Media und Newsletter mache ich das ebenfalls bekannt und den gleichen Tipp habe ich für dich auch. Das Spannende ist übrigens, wenn du kostenlose Veranstaltungen hast, wie so ein Tag der offenen Tür oder auch ein Gratis-Vortrag. Es lohnt sich immer, sich an die regionale Presse zu wenden, also sowohl das Lokalradio als auch die lokalen Zeitungen, vor allen Dingen die, die kostenlos in die Haushalte gegeben werden. Je nachdem, da muss man unter Umständen auch nochmal nachhaken, wer ist der Ansprechpartner und was möchte der haben und wenn man dem so einen kleinen Drei- oder Fünfzeiler schickt zu der Veranstaltung und dass sie gratis ist. Ich habe es immer wieder erlebt, man kann die Leute nicht verpflichten, aber häufig wird es dann aufgenommen und das ist natürlich auch eine super hilfreiche Werbung, die ja gratis ist. Also Tag der offenen Tür, Quick-Tipp Nummer 5, eine fette Empfehlung von mir. Ich habe das früher so circa zweimal im Jahr gemacht. Du kannst ja mal gucken, was da für Sinn macht. Das ist natürlich auch ein bisschen Aufwand, aber es hat sich immer gelohnt. Ich fasse die letzten drei Quick-Tipps wieder zusammen. Nutze Printmedien wie Visitenkarten, Flyer, vielleicht auch Plakate. Ich verlinke dir übrigens auch zwei Anbieter, wo du online recht günstig auch was drucken lassen kannst, wenn du magst. Da gibt es sicherlich auch andere, aber wer da möchte, kann eben auch da einfach mal gucken. Halte gratis Vorträge über deine besonderen Angebote, über die Nutzen, am besten noch mit einem Erlebnis verbunden, dass du so eine kleine Demo machst oder so etwas in der Art. Veranstalte auch einen Tag der offenen Tür und nicht nur einmal, sondern vielleicht auch zweimal im Jahr und lade da die Menschen, die du kennst, bisherige Kunden oder Klienten und Menschen, die als Empfehler in Frage kommen, ein. Und Quick-Tipp Nummer 7, der bezieht sich jetzt auf eine Online-Möglichkeit, die du hast, auch wenn du noch relativ am Anfang stehst. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge 33 darüber gesprochen, dass es sich wirklich lohnt, von Anfang an E-Mails zu sammeln und auch hier möchte ich einfach nochmal daran erinnern, wenn du solche Vorträge machst, wenn du einen Tag der offenen Tür machst, leg Listen aus, wo die Teilnehmer sich eintragen können und auch unterschreiben, dass sie mit deinem Newsletter dann einverstanden sind für weitere Informationen aus deiner Praxis zu deinen Coaching-Themen oder zu deinen Veranstaltungen. Denn es ist wirklich, auch wenn du noch nicht ein Newsletter verschickst, du wirst es auf kurz oder lang tun, damit du in Erinnerung bleibst bei deinen Klienten und Interessenten. Von daher leg also solche Listen aus. Wenn du aber jetzt noch gar nicht begonnen hast, mit großem E-Mail-Schreiben und diesen ganzen Geschichten dich da auseinanderzusetzen, dann kannst du dennoch E-Mails und Newsletter nutzen und zwar die von Menschen, die bereits einen vorhandenen Verteiler haben mit deiner Zielgruppe. Das habe ich zu Beginn auch gemacht. Ich habe mich auch jetzt wieder darauf besonnen und starte im Augenblick gerade den Test, dass ich auch da nochmal E-Mails schalte beziehungsweise einen Platz in deren Verteiler, in deren Newsletter buche. Das kann sein, so ein Verteiler wie, ja, also wenn man jetzt anfängt in der Region, da muss man sich ein bisschen umschauen. Also wir hatten zum Beispiel in Köln gab es den Stadtraum, der hat regelmäßig an über 1000 Leute E-Mails rausgeschickt und das waren Leute, die sich schon für die Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, interessiert haben und meine Angebote gingen einfach in diese Richtung. Ich hatte ja da auch schon Veranstaltungen gemacht. Also von daher war da, wusste ich, da ist auch meine Zielgruppe und dann habe ich eben 30 Euro bezahlt, um einmal im Monat da in dem Newsletter mit meiner Veranstaltung angekündigt zu werden. Also da kannst du dich mal umtun, wer bei euch in der Region schon einen E-Mail-Verteiler hat und das anbietet, dass man da vielleicht auf die Praxis aufmerksam macht. Einfach da mal gucken, was es gibt, wer Veranstaltungen macht, wer einen E-Mail-Verteiler hat, wo deine Zielgruppe mit angesprochen wird. Das war der siebte Quick-Tipp, wie du auf einfache Art und Weise mit dem Marketing starten kannst für dich als Coach und Berater, wenn du dir ein zweites Standbein aufbaust oder wenn du auch schon hauptberuflich damit unterwegs bist. Kannst du das nochmal nachchecken, ob vielleicht noch eine interessante Geschichte für dich dabei war. Wenn dir noch mehr dazu eingefallen ist, dann lass es mich gerne wissen und schreib das in den Kommentar oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich ja auch, wenn ich da noch meinen Horizont erweitern kann diesbezüglich. Vielleicht noch eine ganz kurze Zusammenfassung am Schluss. Simple first. Denke an diese sieben einfachen Quick-Tipps, die sich lohnen, wie du dich bekannter machen kannst in deiner Region als Coach und Berater. Mund-zu-Mund-Propaganda nach wie vor eine ganz wichtige Geschichte, die unverzichtbar ist. Freunde, Bekannte, Nachbarn einbeziehen, denen auch in einfachen Worten sagen, was du tust. Eine Visitenkarte oder Flyer, sogar mehrere in die Hand drücken, nach Netzwerken Ausschau halten und schnuppern und vielleicht auch öfter zu einem Netzwerktreffen hinten gehen und ganz bewusst ein Empfehlernetzwerk nutzen. Kontakt zu Berufsgruppen und Geschäften, lokalen, die als Empfehler interessant sein können, weil deine Zielgruppe da auch einkauft oder Kunde ist. Denke an einige Möglichkeiten der Printmedien oder denke daran, die Printmedien zu nutzen, nämlich Visitenkarten, Flyer, vielleicht auch das ein oder andere Plakat, das du aufhängen kannst an Veranstaltungsplätzen oder an Orten, wo das möglich ist. Denke an Gratis-Vorträge über deine Expertise, über deine Angebote, denk auch nach über einen Tag der offenen Tür und last but not least, wenn du noch keinen eigenen E-Mail-Verteiler hast, dann halte Ausschau nach einem E-Mail-Verteiler, der regelmäßig Newsletter verschickt und auch Werbeplatz anbietet und das muss natürlich ein E-Mail-Verteiler sein, der auch an deine Zielgruppe gerichtet ist. Dann hoffe ich, ich konnte dich für einige altbewährte Möglichkeiten, auf dich aufmerksam zu machen, gewinnen oder dich wieder daran erinnern, dass auch du sie nutzen kannst. Ich glaube, ich habe jetzt schon so oft über das Thema Zielgruppe gesprochen und Elevator Pitch, das wird wohl eines der nächsten Podcast-Themen werden. Ich weiß nicht genau, ob ich es zusammenfasse oder ob ich zwei Podcasts daraus mache, aber das wird dich, das erwartet dich auf jeden Fall. Dann kündige ich schon mal zwei Interviews an, einmal mit dem Lerncoach Sandra Mareike Lang, die mit Speed-Lerncoaching unterwegs ist und sich auch darauf spezialisiert hat, wie Erwachsene, wenn sie nebenbei, neben ihrem Beruf noch ihr Wissen erweitern wollen und neben einem herausfordernden Alltag noch lernen möchten, wie das auf einfache, angenehme und entspannte Art und Weise gelingt. Da bin ich selber schon ganz neugierig auf dieses Interview und ich hatte ja im Podcast Folge 031 über deinen idealen Coaching-Raum gesprochen und konnte jetzt Feng Shui-Beraterin Katrin Linsbach für ein Podcast-Interview gewinnen, das dann Anfang März stattfinden wird. Da freue ich mich auch schon ganz dolle drauf, was Sie da noch an besonderen Erkenntnissen aus dem Feng Shui zum Thema Arbeitsraum, Arbeitsplatz als Coach und Berater beisteuern kann. Das war's für heute und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mehr Infos findest du auf der Seite hartify.live Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog. Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite hartify.live Slash Kurse Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss! Bis dahin. Tschüss! Bis hin! Tschüss! Bis hin! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.